Ja, ich möchte vielleicht bei der Stelle einhaken, weil es muss uns bewusst sein, wir stehen da vor einer enormen Herausforderung. Und man muss den Menschen ehrlich sagen, die wird nicht morgen vorbei sein, weil die Fluchtursachen, Krieg, Zerstörung, Folter, auch die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ist etwas, was eine Realität ist. Und wenn man sich überlegt, wie wir das Problem lösen können, dann ist doch klar, dass wir in Österreich nur dann erfolgreich sein können, wenn wir eine europäische Initiative haben. Und da muss man sagen, ich muss sagen, mir gefällt das auch nicht, wie in unserem Land oft über Europa geredet wird, weil wir sagen ständig, Europa soll dieses, Europa soll jenes. Die Wahrheit aber ist, wer ist denn Europa? Wir sind das. Wir selbst, wir können uns da nicht ausreden und deshalb brauchen wir hier kraftvolle Initiativen, um gemeinsam was zu erreichen. Und wenn man da schaut, was die Bilanz ist der EU, ist die gar nicht so schlecht, weil die Vereinbarung mit der Türkei hat dazu geführt, dass die Migration über die Balkanroute dramatisch runtergegangen ist. Da war Herr Kurz immer skeptisch. Pardon? Da war Herr Kurz immer skeptisch, dass der Deal halten wird. Ja, aber da hat er nicht recht, weil wie man sieht, hat er gehalten und die Türken, man muss auch das sagen, bei allen Problemen, die wir mit ihnen haben, halten sich an die Vereinbarungen nach Punkt und Beistrich bei dieser Vereinbarung. So, das Zweite ist Nordafrika. Das, was die Italiener mit EU-Unterstützung machen, fängt an auch zu funktionieren. Die Ausstattung der Küstenwache. Das Problem, das wir dort haben, ist, wir müssen allerdings auch um die Lebensverhältnisse der Menschen kümmern, weil Europa kann da nicht wegschauen. Unsere Verantwortung endet nicht an unseren Grenzen. Und der letzte Punkt bitte, der letzte Satz. Also das ist das Konzept. Und wenn wir das richtig machen und da gemeinsam weiterarbeiten, dann sind wir auch in der Lage, die illegale Migration auf null zu reduzieren. Und das ist ein Ziel, zu dem wir uns berechtigt erkennen, weil wir haben in hohem Ausmaß geholfen, aber uns muss bewusst sein, wir können nicht über unsere Möglichkeiten hinausgehen, weil am Ende fördern wir damit gesellschaftliche Tendenzen und eine Spaltung in unserer Gesellschaft, die ich so nicht möchte. Danke, Herr Scholz. Danke, Herr Scholz.